Hi Leute und willkommen zurück zu Conker's Bad Furry! So, jetzt sind wir ja in diese Scheune reingegangen Mit den fröhlichen Heuhaufen Der Kleine da Der ist böse Oh oh Ich habe Angst Sie haben doch gesehen, eben unser Patron Ich bin kein Pferden, ich bin kein Pferd Ich bin kein Pferd für den Titel Ich bin kein Pferd für den Titel Okay, ich bin kein Pferd für den Titel Und jetzt sind wir die Tür Ok, ok, hier kommt er institutions Aber eben kein Pferd für den Titel Und hier ist er los Okay, die Typen wollen mir alle den Arsch versohlen Und warum auch immer. Gibt's nicht, kann ich das verschieben? Nee. Kaputt machen auch nicht. Komm auf mich zu. Geh da hoch. Da. Und da. Und da. Ja. Und da rüber. Au. Nicht runtergefallen. Ich wird... Ja, da wird man mit den... Arsch versohlen. Okay, da ist jetzt was... Kaputt gegangen, Leute. Bis... Gleich. So, ich hab jetzt den Emulator erneuert. Und mir eine neue ROM gezogen. Das Problem ist, jetzt hab ich irgendwelche Scheiße auf dem Computer, die ich nicht wollte. Aber es ist egal. Komm. Gut, du machst mir die Dinger kaputt. Ziemlich cool. Fast. Ich glaub, ich muss die Dinger kaputt machen. Ich mein, es ist eine Heugabe. Ich glaub, ich glaub, die Kleinen sind schwieriger. Oder auch nicht. Komm her. Nee, nicht ganz. Komm her. So. Oh, da hat er mich erwischt. Kacke. So, da ist noch einer. Die Augen liegen einfach rum. Brutale Scheiße hier. Au. Da hab ich ihn grad... nicht mehr gesehen. Komm her. Sie sind viel zu schnell. Ich wollte eigentlich springen. Ich hab ja meine Stärkung rumgestellt. Das ist ein bisschen dumm. Komm her. Komm her. Gut. Der nächste. So. Da war, glaub ich, nur noch einer. So, das waren alle. Wir gehen wieder zurück. Ja, das war scheiße. Genau, du sagst es. Ich hätte auch immer fluchen müssen. Schlimm, schlimm, schlimm. Das war kacke. So, what are you gonna do now? Kill yourself? That's what I recommend. Yeah, give you kill yourself. And Matt, we got a rope right here. And we got a rope. Yeah, we got a rope. There you go. What kind of friends are you? I just... Oh, okay. Die sind kacke Freunde, die sich einfach... ...im stich lassen. Oh, ja, gib sie ihn los. Was tut er jetzt da? Krass. Die, die da ist... Ja. Er findet sich noch witzig. 높 basuell Die, die assim Claro alle ... ... Das sindig heißer Kollege, jetzt hängst du da rum, ne? Und das bin ich. Die Augen. Kann ich kaputt machen, okay. Kann ich jetzt den Schalter wieder umlegen? Ja. Ich hab ne Pina rausgeschmissen. Sorry. Das ist wahrscheinlich der, der anderen Fremdgegan ist. Ich hab noch die Augen kaputt gemacht. Ein bisschen Schokolade gegessen. Das sind noch mehr Augen. Liebe alle. Gucken wir jetzt doch hinterher. Das mag ich nicht. Das mag euch kaputt. Das ist noch ein Auge. Ich würde es auch schon wieder gehen. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass ich noch nicht gehen will. Ich muss erst ein bisschen Schokolade essen. Das kann ich nicht schieben. Ich hoffe, ich war zu schwach dafür. Gibt's nix. Kann ich da hoch? Ja. Ich möchte dich... Ich finde das auch noch witzig, wenn ich die haue. Das ist sehr interessant. Hoch da. Hoch da. Hopp. Hopp. So. Und dann wohin? Komm ich da hoch? Ja. Und dann? Da hoch. Ne, da gibt's nix. Da rüber. Oh, da bin ich runtergefallen. Da kommt eigentlich auf die Lampe. Ich weiß nicht, ob es hier noch was gibt. Da hat sich der Typ eigentlich aufgehängt. Das weiß ich jetzt gerade eben nicht so genau. rüber. Rüber. Ne. Okay. Da kann ich offenbar nicht rauf. Dann weiß ich nicht, wo ich hin soll. Dann gehe ich trotzdem mal raus. Ich gehe noch ein bisschen Schokolade essen zuerst. So. Doch, da rieb's auch noch ein Schalter. Bist du nicht gerade eben betätigt? Ja, das geht glaube ich nicht mehr. Ne, jetzt kann ich den nicht mehr betätigen. Okay. Da hat's noch Schokolade. Nein, 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 nein. Fein, fein, fein. Raus da. Das ist ein Fein, weil er besiegt. Wer bist du? Die haben Angst vor ihm. Und da ist die Biene, die ich ausgeschubst habe. Ja, sie hat sie rausgewinnt. Ja, sie hat sie rausgewinnt. Man mag sie offenbar nicht mehr. Meine großpusige Frau, ja, ja. Da hört Kunko natürlich genau hin! Wo ist die? Ach, die! Genau! So viel zu Bienchen und Blümchen. Eine Sonnenblume mit großem Vorbau. Ist klar, ne? Das will ich mir doch mal genauer ansehen. Will ich den hauen? Wow! Das tut ihm offenbar sehr weh. Wo war die Sonnenblume nochmal? Ich möchte Schokolade! Danke! Wo war die Sonnenblume? Da! Hi! Zeig mir deine Brüste! Komm schon! Oh Gott, wie sieht die denn aus? Ja, er will sie bestäuben natürlich! Äh, ja, ich sag mal nix dazu, ne Leute? Sie mag wohl keine langen, behaarten Schwänze. Hey! 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 Sie will nicht! Somebody get me! Ich weiß nicht, wie ich ihr dann helfen soll. Beziehungsweise der Biene. Das passt irgendwie giftig aus. Aber es ist offenbar nicht giftig. Da ist bestimmt wieder Geld drin. Oder sowas. Ne, da ist was anderes drin. Das ist ein Durchgang. Mit einem Leben. Okay. Wo komm ich dann da hin? Geh da hoch. Könnt ihr mir helfen? Ja, was liegt da? Ach, das Skelett. Kannst du mir helfen? Oder du? Ist jetzt wieder in die Scheune? Oder? Ich weiß es nicht. Ja, wie komm ich jetzt wieder da hoch? Ach, da hinten. Genau. Über die Rohre. Nein! Autsch! Das tat weh. Nein! Runtergerutscht. Kacke. Du hast aber rutschige Schuhe an, Konker. Kann das sein? Ich glaub schon. Nein! Fast wäre er da runtergefallen. Hier, Bienen. Die mir helfen. Bienen? Ne, die helfen mir nicht. Nicht. Da hinten ist irgendwer. Irgendwas. Ach, da ist das Geld. Bis dahinten kann ich bestimmt nicht fliegen. Ne, bis dahinten kann ich nicht fliegen. Das sind Bienen. Was sollen die Bienen von mir? Schokolade. Wo ist jetzt die olle Kiste? Ich kann auch fliegen. Ne, kann ich nicht. Ich dachte, ich kann im Fall fliegen. Aber offenbar nicht. Ich geh jetzt nochmal hier rein. Das ist doch... Das ist doch... Hi! Au! Kann ich den hauen? Von hinten? Ne. Das interessiert ihn nicht. Ich geh mal zu dem Typen da. Was sagt ihr mir? Nix. Ja, die lachen da so dumm rum. Da ist der Durchgang. Äh, die Schafe. Keine Ahnung, was ich tun soll. Ehrlich gesagt. Wasser Schokolade zu essen. Ist meine Lieblingsbeschäftigung. Offenbar. Ne, wieder drin. Offenbar noch nicht. Geh ich nochmal raus? Zur Biene oder was? Hi! Oder zur Kiste? Ich kann nicht in der Kiste... Ja gut, ich will nicht in der Kiste landen. Hey, hier. Hey, Bienchen. Äh, ich seh nix. Hilfe. Kamera. Ach so. Kann ich rein? Gut. Dann geh ich halt hier mal rein. Ach, die sind auf der Decke. Ja, Fledermäuse sind blind natürlich. Das geht nämlich bestimmt an. Was seid ihr, Fledermäuse? Nicht da. Muss ich darüber balancieren? Ne, ich balanciere nicht. Au. Au. Da war die Glühbirne. Ich muss da rüber laufen. Im Ernst. Kacke, Leute. Das wird ja schwierig. Einmal hinkommt die Schokolade immer wieder. Nochmal raus. Warte noch mal. Ja, ja, Kohle. Ich hol dich dann noch. Nochmal hier rein. Ähm, ganz vorsichtig. Ach, ich hab nen Flammenwerfer. Hey, don't do that. Ich bin gerade ausgelaufen. Aber... Ist ja egal. Geh weg von mir. Er hat mich erwischt. Ich müsste erst Schokolade einsammeln gehen irgendwo. Sonst geh ich wieder drauf. Hilfe, ich brauch Schokolade. Gib mir Schokolade. Gib mir Schokolade. Gib mir Schokolade. Gib mir Schokolade. Bitte, bitte Schokolade. 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 Ist sie auch, Konka? Ach, das sind auch Bienen. Habe ich jetzt überall die Bienen freigelassen? Die bringen mir aber nichts. Vorerst nicht. Auf jeden Fall. Die bringen mir bestimmt noch was. Ja, da gab's doch auch noch Schokolade. Oh, da. Ja, genau da. Oh, da. Nicht. Nee, da oben liegt nun nicht. Da aber. Oh. Nee, da oben liegt nun nicht. Nee, da oben liegt nun nicht. Au. Kacke. Da ist bestimmt Kohle drin. Ja, da komm ich da rein. Ja, da komm ich noch nicht rein. So wie immer. Ja, gut. So, jetzt ist man sich an diesem Blöcken vorbei. Oh Gott. Oder? Nee, ich kann ja auch hier rüber. Hey, gehst du wohl da hoch? Ist ja ja noch schöner. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wo gab's noch Schokolade? Wann bin ich hier gekommen? Hm. Glaub ich zumindest. Die Blume noch Schokolade? Ach ja, jetzt bin ich ja gestorben. Jetzt muss ich nochmal mit der quatschen. Jaja, Kohle. Ich hol dich dann schon noch. Oh, jetzt spricht er mit denen. Die kitzeln mich. Pazifisten sind das. Okay. Sie kitzeln nur. Okay, jetzt muss ich mit denen offenbar die Blume kitzeln gehen. Kommt mit. Also ich kann demnach noch die anderen Bienen einsammeln. Komm, Blume. Ja, ich brauche noch mehr. Ich weiß, wo alle Bienen sind. Okay, sie hat sich jetzt schon mal aufgerichtet. Aber wir werden sie beim nächsten Mal noch mehr kitzeln. Bis dann, Leute. Bis dann. Bis dann. Bis dann.